Hallo, wir sind so nett in den englischen Garten gewesen und die Amerikaner, sie bezahlen gut, ja? Die bezahlen gut, 5 Euro, 10 Euro und so. Wir haben 30 Euro verdient. Jetzt habe ich Hunger. Und wir haben Hunger, wir gehen Friedeben. Ich habe ein Unterkind, wenn ich so rede, muss so sein. Ich muss so sein. Und naja, es geht ganz gut, nur manche wollen nicht und sagen, nein, nein, wir wollen keinen lieben. Dann haben wir gesagt, oh nein, du musst doch genau heulen. Und sie haben gesagt, du musst doch heulen, ne? Ja. Und dann kommen die Amerikaner und die Schwitzer mit Schwitzern sind Geld. Die haben Schwitzers Geld gehabt, aber sie sind nicht wie war. Und wir haben edelweise gesungen und sie sagen, hast du kein Lied von Paris? Und wir singen Paris, 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 Paris. Und eine Karaka. Karakas, 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 Karakas. Ja, also so geht das doch. Okay, tschüss. Okay, tschüss. Okay, tschüss. Puh. Haha.